Die Ergebnisse unserer Studie sind spannend. Sie zeigen auf, dass es eine Kombination von Persönlichkeiten im Bundesrat braucht, damit diese gut funktionieren kann. Wir dürfen nicht vergessen, ein kollegialer, gut eingespielter Bundesrat. Es ist in der Öffentlichkeit auch ein Gegengewicht gegen den stark polarisierenden Nationalrat. Eine Regierung wie der Bundesrat schafft Stabilität und bringt auch Vertrauen in die Bevölkerung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Bundesrat Untertitelung des ZDF, 2020